Findest du Regen schlimm? Nö, nö, nö. Auf, auf, jawohl. Marco, du gehst vor. Die Letzten werden die Ersten. Woran erkennt man, dass es regnet? An Tausenden von der Regen. Thomas, 10 Kilo. Fühlt sich an. Marco, warte, ich trag dich. Und die letzten Stufen. Feuer frei. Sehr, 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 sehr. Und einen fetten Schlusssprung. Achtzehn. So. Wenn ihr euch beklagen wollt, das ist der Rebell, der hat angezettelt. Und noch eine. Letzte 15. Kurze Pause. Der Schlaue nimmt viel Schwung. Ab jetzt noch fünf Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und letzte fünf. Und aufstehen. Und aufst should Martinez eine Saufaktor deathblend. Amin bitte für die gesamte dude. Gute